Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Dienstagmorgen, 25. April 2017. Wir schreiben heute die Geek Talk Daily 0104, also 104. Und ich habe die folgenden Themen mit für euch dabei. Windows 10, Cloud, OneDrive, Guardian, Exlibris, Penny, LastPass, Mastercard, Amazon und Kodi. Zuallererst, Microsoft ist ja, wenn man den ganzen Statistiken nicht trauen mag, sondern ein bisschen auf sie schaut, ein bisschen ins Hintertreffen gegangen, was im Bereich Bildung und Rechner in Amerika zu tun hat. Bis zu 58% konnte Google mit seinem Chrome OS oder dem Chrome Books für sich gewinnen. Und da möchte Microsoft anscheinend mit Windows 10 Cloud, oder wie das dann schlussendlich heissen wird, werden wir noch genau sehen, paar Dinge sind mittlerweile rausgefallen, vorgestellt wurde, wie gesagt, natürlich noch nichts Spannendes, aber auf jeden Fall, wenn es mal rauskommt, werde ich es mir auf jeden Fall anschauen, weil für oben in der Wohnung so einen kleinen Windows 10 Laptop, so ein schnelles, kleines, dünnes, cloudbasiertes System. Warum nicht? Ich bin gespannt. Mehr dazu bei uns in den Shownotes, verlinkt auf daily.geektalk.ch Die zweite News, The Guardian. Eine englische Publizität, sprich News aus England, gab es bis vor kurzem bei Apple News. Und da geht es jetzt raus. Bei Instant Articles bei Facebook soll es auch bald soweit sein. Somit verliert Apple einen grossen News-Schreiber oder eine grosse Plattform auf seiner eigenen News-App. Die hat es leider bis jetzt ja noch nicht bei uns bis zu uns nach Deutschland, Österreich und Schweiz geschafft und jetzt schon sowas. Ich war immer schon ein bisschen skeptisch. Natürlich grosse Plattformen, das Ganze, die beide diese liefern, also sprich Apple News und Facebook mit Instant Articles. Dennoch, ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Es sollen ja andere Plattformen wie die New York Times etc. auch im Gespräch sein, dass sie da nicht mehr weiter partizipieren möchten. Dann habe ich einen kleinen Servicehinweis für all diejenigen, die immer wieder mal iTunes-Karten oder iTunes-Guthaben sich erwerben möchten. Da gibt es ja die lustigen Aktionen, die immer wieder gefahren werden. Und da habe ich euch zwei Tipps. Das eine ist für die Schweiz. Aktuell bei Ex Libris gibt es 15% Bonus bei iTunes-Karten, wenn ihr sie für 50 oder 100 Franken kauft. Das gleiche ist in Deutschland bei Penny der Fall. Da aber bei 150 und bei den 25 Euro Gutscheinen. Also bei allen drei gibt es jeweils 15% obendrauf. Zuschlagen, wer nicht schon hat. Wir haben es ja immer wieder mal im Geek Talk, dem grossen Mutter-Podcast, den wir führen, die Passwort-Geschichte. Da haben wir eine eigene Sonderfolge dazu. Und ja, wir empfehlen beim Passwort dann ein bisschen mehr Kreativität walten zu lassen. Und natürlich am besten auch auf einen Passwort-Manager zu setzen. Das Team von uns, zumindest Achim und ich, setzen auf One Password. Der Jan ist immer wieder ein bisschen wechseln, aber hauptsächlich, glaube ich, auf Last-Passwort unterwegs. Und die haben in letzter Zeit immer wieder mal ziemlich heftige Probleme mit der Sicherheit. Jetzt kommt es ziemlich dicke. Wir empfehlen ja am Geek Talk auch immer wieder mal zwei Wege-Authentifizierung, zwei Faktor-Authentifizierung. Das Ganze sollte ja die Sicherheit erhöhen. Das tut es auch in der Tat, denn auch wenn ein Hacker, euer und Cracker, besser gesagt eure Zugangsdaten und das Passwort hat, fehlt immer noch ein Schlüssel. Aber wenn dann der Coder der App, die ihr nutzt, nicht ganz fähig war, das Ganze einzubinden, dann wird es ziemlich hässlich. Nämlich so hässlich, dass derjenige sogar eure Two-Factor-Authentifizierung ausschalten kann, also deaktivieren kann. Ziemlich, ziemlich unschön und ja, wer Last-Pass nutzt, sollte sich mal ein bisschen umschauen. Wie gesagt, OnePassword, da gibt es auch KeyPass und diverses anderes. Der Jan hat vor zwei News-Folgen im Geek Talk mal eine Alternative genannt. Er kann das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ich weiss den Namen nicht mehr genau. Aber es sollte man sich umschauen, denke ich. Dann gibt es Neuigkeiten zu OneDrive. Genau gesagt, OneDrive für Android. Bis vor kurzem konnten wir ja einzelne Dateien sich lokal runterladen, offline runterladen, bearbeiten und so weiter. Jetzt ist das mit ganzen Ordnern möglich. Wenn man die neueste Version von OneDrive auf Android einsetzt, kommt dieses Update nach und nach für euch rein. Aber auch für iOS gibt es neue Möglichkeiten. Denn in der neuesten Version, die letzte Woche rausgefallen ist, könnt ihr jetzt Dateien aus irgendeiner App direkt in euer OneDrive laden. Unten diesen Plus-Button, also die Share-Sheet-Funktion, sehr, sehr nice und nach der iMessage-Integration ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Mir gefällt es und nutze es auch gerne, solche Geschichten. Bezahlen digital mit dem Smartphone. Ich liebe es ja und bin etwas unglücklich, dass Apple Pay, zumindest hier in der Schweiz, immer noch nicht so richtig ins Rutschen kommt. Da, ja, immer noch diese Prepaid-Geschichten. Bei Mastercard tut sich ein bisschen was. Denn die tüfteln aktuell an einer Kreditkarte rum, die einen Fingerabdrucksensor drauf hat. Heisst, beim Bezahlen von kleinen Beträgen bis 40 Dollar muss man nicht mehr einen PIN eingeben oder das Ganze sogar ungeschützt so zu machen, quasi 40 Dollar frei oder frankenfrei sind. Man kann das Ganze jetzt mit dem Fingerabdruck verifizieren lassen. Solltet ihr mal schmutzige Finger, verschwitzte Finger oder was auch immer haben und das Ganze nicht funktionieren, kann man dennoch das Ganze über den PIN lösen. Also wie vorher. Sicherlich in Schritten die richtige Richtung. Ich bin gespannt. Aktuell wird das Ganze in Südafrika getestet. Pilotversuche sollen laut pct.ca nächstens auch in Europa starten. Sowas muss ich mir unbedingt anschauen. Dann kommen wir zu Amazon. Amazon hat ja diverse Möglichkeiten zum Einkaufen. Vor genau einem Jahr haben sie Amazon Launchpad gelauncht. Das ist eine kleine Unterplattform, in der sie Startups, so Kickstarter-Projekte etc. aus der ganzen Welt eine Plattform bieten wollten, damit man die neuen Produkte schneller an den Mann oder die Frau bringen konnte. Und diese feiert, wie gesagt, jetzt ein jähriges Bestehen und deshalb gibt es satte Prozente. Bis zu 40% könnt ihr auf solche Produkte günstiger einen Discount bekommen, also einen Rabatt bekommen. Wer da schon mal was ins Auge gefasst hat, sollte sich da umschauen und zuschlagen. Definitiv. Dann gibt es Neues von Kodi. Es war immer wieder ein bisschen in den Gerüchten drin und es ging ein bisschen rum, dass Kodi auf DRM setzen wollte, möchte, müsste, was auch immer. Das Ganze machte die Runde und Kodi hat sich bis jetzt nicht selber gemeldet. Jetzt endlich haben sie sich dazu gemeldet. Ja, Kodi, wer das Ganze nicht nutzt, ist ein Media Center, ganz einfache Software, die alle eure Media Files im Netzwerk bei euch zu Hause aufsammelt und auf dem Screen, wo ihr es gerade installiert habt, zugänglich macht. Und Kodi hat mitgeteilt, dass es nicht darum geht, generell DRM zu setzen, also quasi nur noch geschützte Filme darüber abzuspielen. An dem möchten sie nichts rütteln, sie möchten auch keine Empfehlungen für Filme etc. abgeben, aber sie möchten sich partizipieren. Sprich, Netflix zum Beispiel liefert ja ihre Filme auch via DRM aus und damit die auch über einen Kodi wiedergegeben können, setzen die die da auf ein Low-Level-DRM. Wie das Ganze funktioniert, nachzulesen auf dem Stadt Bremerhaven, sehr, sehr spannend, wenn sie darüber starten. Mein Kodi läuft immer noch auf einem Nook und ich bin eigentlich ziemlich happy damit. Nutze es eher seltener, weil wir mittlerweile neben der Apple TV halt meistens mit Plex unterwegs sind und Plex hat eine eigene App auf der Apple TV. Somit ist Kodi ein bisschen ins Hintertreffen geraten, aber wer weiss, wer weiss, es könnte ja bald schon wieder anders werden. Ein ewiger Kampf. Das waren sie eigentlich schon, meine paar Themen, die ich heute für euch hatte. Ich hoffe, ihr hattet damit wieder einen guten Start, seid informiert. Wenn ihr uns Tipps und so weiter habt, lasst es uns wissen. Wenn ihr ein Kompliment oder auch ein konstruktives Feedback habt, lasst uns auch das wissen. Gerne auch über iTunes oder die anderen ganzen Plattformen einen Kommentar oder eine Bewertung dalassen. Darauf würden wir uns extremst freuen. In diesem Sinne, bis morgen am Mittwoch, euer Martin Pogipsi. Bis dann, tschüss. Hört mehr Geek Talk.